Dann haben wir hier das erste 87er Team, also das teuerste Team von der ICON-SBC. Kynios schicken wir hier auf die Reise, den haben wir lange gespielt. Ja, der muss jetzt leider auch gehen, Kylini ist ja heute gekommen, den werde ich jetzt spielen und nicht mehr mal Kynios, deswegen passt das schon. Draht wird jetzt in Rot bekommen und Groß, aber die schicke ich jetzt alle auf die Reise und zack die Bohne Jungs. Gar nicht lang rumreden, 3, 2, 1 und damit ist es zu spät, dann machen wir mal wieder ein ICON-Pack. 85er Team, gegen die Lars Stindl hat ich noch zu mir gehabt, da habe ich Untrade gezogen, sonst ein paar High-Rateds, so Aris habe ich gekauft. Haben wir das auch fertig, dann brauchen wir nur noch zwei Teams. Okay, komm, Prime-Gold-Spieler-Pack, klein, wer weiß, wer weiß. Oh, let's go, Walkout, GG Jungs. Sancho, das ist doch ein paar Coins hier drin. Das hier ist dann das 84er Team, Kylini hat hier noch Untrade und dann hier noch den Bobby. Ja, zack, weg damit, eben vorm Bauch Untrade und los. Ja, und dann brauchen wir nur noch ein Team. So, man darf jetzt hier dann auch das 83er und damit das letzte Team. Hat auch unsere gekauft, Party im Verein. Ja, und dann haben wir es mal wieder getan, ne? Was soll ich dazu sagen? Also, wir machen ein Roulette aus der ganzen Geschichte hier. Ich werde das jetzt öffnen, Black Screen machen, den Spieler im Verein machen und dann geht's los. Und so, ich mache hier schon mal Black Screen. Okay, da ist irgendein Ladebalken. Okay, wir haben es geschafft. Also, es ist kein Duplikat, Jungs. Wir haben es geschafft. Okay, es hat geklappt. Okay, Jungs, wir gehen rein, wir starten heute nicht mit Wales, wir machen es mal heute anders. Wir starten einfach mal trocken mit Ungarn, ohne reden. Scheiße. Oh mein Gott, Digga. Oh. Warum? Warum wie, ey? Hier, da kommt Tschech. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da standen zwei Tschechs. Was gibt's hier noch? Ukraine. Okay, Ukraine ist es nicht. Nein. Ich habe Angst. Schottland. Kenny, komm. Mach'n Kenny mit der Nase. Guck' ich nach'n Kenny. Kein Kenny. Schweden. Oh. Haha. Serbien. Okay, wäre auch nicht so gut gewesen. Die mache ich gleich. Ich guck' erstmal hier. Ah, ich muss die schlimm machen. Oh. Keine Republik Irland. Rumänien. Oh. Und Yashin. Oh. Let's go. Oh. Ich musste ganz schnell machen, Jungs. Das musste ganz, ganz flinke Hufe. Musste das gehen. Oh. Okay. 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 Weiter geht's. Uh. Komm. Das wär' big, Jungs. Let's go. Let's go. Oh mein Gott. Ich hab' wieder Lacken im Back. Let's go, Mann. Let's go. Weil ich ein Belieber bin. Ein Belieber. Oh. Let's fucking go, Mann. Ich bin da. Ich bin da, Jungs. Weil ich da bin. Weil ich hier bin. Oh, Mann. Scheiße, Mann. Keine... Ich bin da, Jungs. Ich bin da, Jungs. Ich bin da, Jungs. Let's go, Mann. Let's go. Was kostet der, Mann? Lass mal schnell schauen. Oh mein Gott, Jungs. Wieder gelackt. Wieder gelackt in dem Pack. Hey. George Best. Costa Quanta hier. Okay, George Best. Oh mein Gott. Wieder 700.000 Coins. Ey, das ist doch nicht mehr normal, was ich hier für Lack habe. Was ich für Lack in diesen Packs habe. Das ist doch nicht mehr normal. Let's go. Let's go, Mann. Bis wieder runter. Bis zum nächsten Mal.